Also, Vater-Hai und Sohn-Hai sind auf dem Meer. Da kriegen sie langsam Hunger und der Vater will dem Sohn beibringen, wie man denn so jagt. So, dann entdecken sie ein paar Surfer. Und Vater-Hai sagt zum Sohn, du pass auf, also wir müssen die erstmal richtig jagen. Lange, lange jagen. Und erst dann, ganz zuletzt, können wir sie essen. Naja, die sind dann noch dabei, sind die am Jagen, am Jagen, am Jagen auf ihren Surfbrettern. Die haben Angst und Angst und Angst, naja, und sie jagen sie, jagen sie, jagen sie. So, und dann fressen sie die eben. So, und irgendwann fragt dann der Sohn den Vater-Hai, sag mal, wieso mussten wir die denn so lange jagen? Naja, sagt der Vater, leere Geschissen schmecken sie besser. Boah, ha, 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 ha.